Musik Es geht darum, es ist eine Schneebruchfläche, eine Windwurffläche, die im letzten Jahr entstanden ist und die schnellstmöglich wieder aufgeforstet werden muss. Musik Also wichtig bei so einer Aktion ist, dass die Vorbereitung schon einen Tag vorher, zwei Tage vorher stattgefunden hat. Musik Ich bin der Johannes, bin staatlich geprüfter Forstwirt, habe ein eigenes Forstunternehmen seit Jahren, Jahrzehnten und habe mich mit meinen Leuten, mit meinem Team auf die Schutzwald-Sanierungspflanzung und Pflege spezialisiert. Musik